Oh Leute, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ich glaube es nicht. Das war so kurz vorm Tod. Ich weiß nicht, was mich gerettet hat, aber wohl mein eiserner Wille. Leute, mein Herz. Leute, Leute. Ich weiß nicht, ob das hier Synchron gerade ist. Ich habe keine Ahnung, ob das hier... Gerade Synchron läuft. Ich habe so keine Ahnung. Ich hoffe, es läuft einfach Synchron. Bitte lasst es Synchron laufen. Nein, nein. Ich habe nicht verloren. Das sind so viele Verletzungen. Ich denke, ich habe... Ich habe Angst. Nein, das ist nicht der Weg, den ich... Ich werde nicht... ...zulassen. Du musst du nominiert. Es ist gut, dass du dich kennenzulernen. Wir sind Freunde von Sora, und mein Name ist... Du bist Goofy, und du bist Donald. Ja, aber wie hast du das gehört? Ja, das ist gut. Ja, das ist gut, Sora. Du hast endlich gefunden, dein Freund. Ich bin so glücklich für dich. Gee, es gibt sicher viele Fragen. Nominé, ich weiß, dass es wahrscheinlich nicht so leicht ist, aber du kannst uns erzählen, was passiert? Natürlich. Es ist meine Schuld, nachher all. Hey, was about Sora's promise? Me being with him on the islands... that was a lie, just like everything else. We never met. I was never Sora's friend. And you were never anything more... either. No. You see, in all of your true memories, I was never really there. Gee, then that must mean it was your magic that made the rest of us lose our memories, too. Is there any way for us to ever get him back? I can fix everything... if we go to the 13th floor. But Marluxia, he... Bet I know who that is. Was he the fella who made you tamper with all of our memories? If I didn't obey, he said I'd be locked in this castle forever. I've been alone for so long. So you did what he told you to do because you were lonely? I'm so sorry. Don't be. Please don't cry. Oh. Of course. I know I really don't have the right to. That's not what I meant. What? It's like this. I'm really not happy about you messing with my memories. But, you know, I can't really get mad at you for it either. These memories you gave me. In my head, I know they're lies. But they still feel right. Like the promise I made. I said I would protect you and that I wouldn't make you cry. Not ever. Namine, if you cry now, I'll feel guilty. Like I let you down. So don't cry. Please. Until I get my memories back, smile and try to be happy. It's easier on me that way. Sora. Oh, brother. That's a bit much. It's okay. Sora always gets like this every time he's around a girl. Oh, cut it out. I thought you both lost your memories too. Too bad. Good friends don't forget the good stuff. Come on. There. That's it. That's the nominee I remember. Yeah. I really liked it when you used to smile. Of course, that was really only in my fake memories. But what I'm feeling now definitely isn't fake. It's real. Thank you. Well then, let's go. Oh, boy. I can't wait to get my memory back. Namine, Marluxia is gonna be up there. So maybe you'd better stay down here. Yeah. Maybe you could look after Riku. We'll come get you when it's over. Okay. Please be careful, Sora. I'll be okay. I promise. We'll be okay. Oh, Alter Stufe 6. Schade, ich hätte gerne höhere gehabt. Können wir noch in. Ich wünschte, ich könnte Rico helfen Schließlich ist es meine Schuld, dass er leiden muss Du bist ein netter Kerl, Sura Warum? Das ist geheim Hihi Was, wenn wir Axel und Maluxia bekämpfen müssen? Ich glaube nicht, dass wir gegen Axel kämpfen müssen Das würde ich jetzt mal hart bezweifeln Nach der Sache, dass er Naminé freigelassen hat Aber ich habe jetzt keine Lust, ohne zu speichern Maluxia kämpfen zu müssen Nicht der auch noch Können wir es nicht einfach sein lassen? Dankeschön Danke, ein Speicherpunkt Ein Speicherpunkt Danke Danke So, kurz in Pause mache ich mal Ich sage Dankeschön, dass ihr bis hierher dabei wart Ich hoffe, ihr seid noch weiter dabei Uns fehlen ja noch ein paar Teile Ja, und wir sehen uns dann in dem nächsten Aufnahmesession wieder Danke, 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 dass ihr so lange dabei seid Und bis dahin Wiederschauen Reingehauen Ciao Hallo und herzlich willkommen zurück Zurück zu Kick-Kart-Reach-Of-Memories Und wir haben in der letzten Aufnahmesession Und für euch in der letzten Folge Anlachszene besiegt Also wirklich besiegt, sie ist nicht nur besiegt Sondern sie ist komplett verschwunden Ja, aufgelöst Vernichtet Wie ihr auch immer jetzt nennen wollt Und wir gehen jetzt Zu Maluxia Anders als Erinnerung vergehen Versprechen nie Und jetzt haben wir dem letzten Erledigen wir Maluxia und holen uns unsere Erinnerungen zurück Jetzt gehen wir dem letzten Typen an den Kragen Und das ist Maluxia Und hier steht die Tür schon auf Und auf geht's Mal gucken, ob wir Wann wir Ob wir überhaupt gegen ihn kämpfen Ob es sich nicht einfach verpisst Wer war es? Wer ist das wichtigste für mich? Auf jeden Fall haben wir noch Memory bekommen Und Sterntreue Nichts Das hitteln uns noch Ultima Can't you remember? No I only remember Naminé Come on Do you guys remember anything at all? No Sorry, Sora It's important But I just can't remember I don't want to be But I didn't stand Then Then We should really make a promise Huh? What you said back there Kinda got my brain Thinking Whenever you make a promise That's super duper big Maybe it gives you the courage To face the scary stuff Courage Yeah Let's do it Even if we get scared Or in trouble Or even if we get separated Or even if we sort of forget each other Whatever happens We're friends Also one And wait for all So, Raleigh, ein Triogramm Probieren wir auf jeden Fall aus Schlüssel des Anfangs Was? Wir sind schon in einer Welt? Ja, stimmt Ach, Quatsch Hör mir auf Schloss des Entfalls Ach, Quatsch Hör doch auf Wie cool ist das denn? Wie cool ist das denn? Boah Ach, die Heilige Ich würd sagen Wir gehen hier rum Weil dann kommen wir hier An dem Premium Raum vorbei Ach Du Meine Fräse Ähm Schade, dass wir davon nur 6 haben Wir brauchen unbedingt Ne Mogheri-Karte Also wir müssen jetzt Viele, viele Räume mit Äh Na, mit Sachsch Mit Herzlosen öffnen Wir brauchen Dramatikal Oder Sie costs Geert Garde took Wir haben Sie Okay Meine Garde Garde Oh Ja Gatt Wir haben Wow, wir haben nur noch Platz, krass. Wir haben nur noch Platz, krass, 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 krass. So sieht das doch gut aus. Wurde ich jetzt mal überhaupt. Ja, komm her. Gar kein Problem. Boah, die Musik ist hier mega. Uh, was ist das? Boah, was ist das für die Dinger? Ach du Heilige. Boah, was ist das für die Dinger? Ach du Heilige? Boah! Ja, ja, aha! Aua! Oh, was? Du benutzt den Luller oder Achterkarten? Ja, ich verscheide es nicht über. Du bist ja. Oh, 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 oh. Ich hab das wirklich Klamorph. ich hoffe dass sie mit 2 angreifen und dann durchkaufen sie müssen 9 oder 0 haben das reicht nicht das geht nicht funktioniert nicht dass sie das ablocken können sie müssen die nulle karten haben wieder nachladen auch wo richtig hart hier ist richtig hart ja 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 deshalb griff und pu tous ja na Ja, das ist wirklich interessant. mit 8 angreifen es geht nicht dass ihr dadurch kommt Ich hab neuner Karten und achter Karten und ich komm nicht ruhig ey! Was gibt's denn? Was ist hier los? Schnell! Mach's doch einfach! Danke! Sechs! Sechs! Ist die los? Sechs! Sechs! Zwei! Acht! Da hab ich ja acht gesehen! Boah ey! Schreib ich mit acht an! Alter! Wir müssen unbedingt schnell in den nächsten Raum! Und zwar ein Raum, der uns Kartenhöhe macht! Ah, wir kommen nicht weiter! Das hilft mir! Wir können nichts machen! Guckt euch das an! Wir können nichts machen! Wir können nichts machen! Wir können nichts machen! Wir können nichts machen! Alter! Wir müssen uns einmal treffen näher, das ist auch nicht! Alter! Ich hab da schon mal gefertigt! Alter! Alter! Oha! Sie müssen schnell in den nächsten Raum! Ohne Umwege! Ohne! 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 Unbedingt in den nächsten Raum. Ohne Umwege. Das hilft dir gar nichts. Wow, 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 ey. Alter, Finne. Wieso kriegen wir nicht mehr was stärkeres? Wir sind hier... Nicht zügt. Toll, Mogi-Wung ist super. Ich muss die Seilen eingreifen? Kannst du das Mogi-Wung was eingreifen? Oh, Junge, Junge, Junge. Da krieg ich doch schon wieder Aggressionen. Wir kriegen immer nur diese scheiß Einser-Kacke. Die Schaissez-Kacke. Verwinden Siets vor dem Wingsenthalen�. Das ist auch ein Schiff-Kacke. Siemens empfieben fünf bis zu日本 im Gefahr. Dann gesendet wird uns vor allem im Gefahr. Was für eine Schiff-Kacke zu haben? Du wirst ein BPerfant. Wie nochmal? Ja. Ohne, die Schiff-Kacke zu haben. Ich muss mit Affen anreißen, ich kann mich nicht stoppen. Ach, das bringt gar nichts. Wir müssen mit 9 agieren. Das bringt dir gar nichts. Guck mal, wie viel Schaden die uns machen. Nur weil die 8er Block sind. Wir können höchstens mit 9 anreißen. 9. Okay, hier können wir nur mit 9 anreißen. 10. 10. 10. 10. Feige Sau. Oh, Felix, das ist noch mal eine Geschichte. Meine Fresse. Die Fresse. Oh, das ist noch eine Freiaufladung. Für so eine kleine Kackenratze. So eine kleine Kackenratze. Stellt euch das mal vor, wie sollt ihr denn hier überleben? Wie sollt ihr das denn überleben? Wie sollt ihr das denn überleben? Was soll ich denn machen? Wir müssen ja nur noch neuer Karten einsetzen. Wir müssen. Und ich habe schon fast alle neuer Karten drin, die wir haben. Das geht ja nicht anders. Und ich habe schon da Angst, die wir tun. Wir müssen. Und ich habe das so. Wir müssen. Vorher. Kann ich alles wegwerfen? Braue ich nicht. ich muss jetzt immer zwischenspeichern wenn wir so wenig leben haben wir gehen erstmal weiter wir machen erstmal den schwertraum wir brauchen erstmal den schwertraum wenn wir überhaupt level steigen wir brauchen den schwertraum wow die viecher sind hart die großen schatten durch hier wir werden erstmal leichtes spiel haben der karten zu neuner werden ja 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 Goofy! Run! 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 Wind! Forth! Run! 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 Sorry, dass es zu leise wird, aber es hilft ja nichts anderes. Das hilft nichts. Das hilft nichts. Solange wir keine anderen Neune haben, hilft es nichts. Ja! 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 Ja, ha! Ja, ra! Hurry! Come on! Gotcha! Wind! Fort! Ha! Ha! Ja, ja, ja. Ja, ja.